Ist ja wurscht, jetzt haben wir es zumindest hingestellt. Ja. Einer mit, herzlich willkommen zurück bei Planet Zoo. Ja, beim letzten Mal haben wir ja uns das Torarium hingestellt. Jetzt können wir uns das Wolfsgehege hier reinklatschen, weil das geht im Workshop, oder halt das Gehege aus dem Workshop funktioniert ohne Crash. Und dann holen wir uns endlich einen Wolf. Und bitte nicht vergessen, wenn ihr es recht gemacht habt, klickt dann auf Abonnieren, Daumen hoch, wäre richtig geil. Also, folgendes, bevor ich mit dem Projekt irgendwann mal aufhöre, oder damit fertig bin, ich werde wahrscheinlich das Bärengegen nochmal komplett abreißen, und, keine Ahnung, vielleicht hier oder so ein ordentliches hinstellen. Ja, das muss ich auch noch ein bisschen machen. Ja, weil die Sache ist, ich möchte halt gern so hier den Zug durch den Park fahren lassen, und das, ja, das war halt hier ein bisschen blöd. Deswegen werde ich halt das nochmal komplett abreißen. Das ist schade, aber ab und zu muss man sowas machen. Also, Baupläne. Ich habe halt leider nicht überprüft, welche Sachen jetzt da wirklich funktionieren, welche nicht. Also, Sache ist, hier kommen ja dann Geschäfte und so hin. Hippo weiß ich, äh, das stürzt, glaube ich, ab. Ja, weiß ich und glaub. Das war jetzt sehr logisch von mir. Ich muss erst wirklich erstmal ausprobieren. Da wäre auch so ein Monkey Temple, das war auch ganz cool. Rockrock, das funktioniert auf jeden Fall. Ich glaube, das habe ich schon mal hinklatscht. Tropenhaus geht auch. Wolf Habitat. Jaap. Das ist Karros, das Gehege. Jetzt pass mal auf, wo stelle ich dich hin? Oh, wobei, das könnte ich eigentlich sogar hier hinstellen, weil dann kommt halt irgendwo anders das nur hin. Oder ich stelle das... Ich muss immer bedenken, dass ich ja einen Zug hier durchfahren will. Also, dass ihr das eher seht. Also, das soll ja dann so gehen, so halt außenrum. Und da stört halt das Bärengehege. Aber ich würde hier oben keine Gehege mehr hinstellen. Das würde ich nicht machen. Ein bisschen aufpassen. Das ist our best. So muss, glaub ich, so muss es sogar schon passen. Was, Zellenbearbeitung? Fehlgeschlagen. Hä? Ich gebe dir gleich Fehlgeschlagen. Wieso bist du Fehlgeschlagen? Wieso? Boah, warte mal. Wow, wieso hast du gerade grockel? Wie verrückt. Hm. Ich weiß nicht, ich habe das mal hingestellt. I know. Ich habe es ja schon mal gebaut. In meinem Testpark, wo ich halt immer auch ein bisschen... Ja, wie lange hast du das? Austeste. Weil sie ist hier, geht das nicht, sie ist... Ja, weil ich auch zu nah dran bin. Blob. Ja, wir waren es einfach da runter, ja. Jetzt können wir ein bisschen ernst hier sein. Bisschen ernst. Ich sehe auch gerade das Problematik. Ja, ist ja wurscht. Jetzt haben wir es zumindest hingestellt. Ja. Bisschen anders als geplant, aber es ist da. Hurra, hurra. Das Wolfsgehege ist endlich da. So, da müsste ich fast mal einen Weg machen, dass wir überhaupt ein Laufmaschinen, oder? Und das ist eigentlich das, was mich so stört. Sollte ich das nicht nochmal, äh, Barriere bearbeiten? Das sollte doch eigentlich... Mich triggert das hier einfach. Weißt, äh, die können hier halt ra... Ich fang... Mich triggert das hier einfach. Ohne Ende. Oder die kommen da nicht durch. Vielleicht ist es auch bewusst so gemacht. Ich weiß es nicht. Es triggert mich halt einfach nur unglaublich. So, machen wir es dann wieder so. Aber da können wir mal kurz... So machen. So, weil das verbinde ich dann einfach... So. Dann können wir nämlich den Weg hier auch... Wieso? Nicht einfach so. Gut. Also, jetzt haben wir das schon mal verbunden. Aber das sieht mal alles so unfertig aus. Ich weiß auch nicht. Es sieht mal so extrem unfertig aus. Aber ich glaube, da muss ich den Weg reinmachen, sonst gehen die Leute ja gar nicht rein. Habe ich so das Gefühl? So, Weg. Hüttenbretter. Wobei, warten wir erst mal Asphalt. So ungefähr. Nochmal auf Wege. Da brauche ich ja mal Hüttenbretter. Hm, hm, hm. Warte, warte. Das will ich schon, weil ich will den Übergang perfekt haben, weißt du? I want to have it perfect. Ja. Perfekter werde ich es noch nicht hinkriegen. LOL. Da sind ja nicht mal Treppen drin. Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist sehr, sehr unvollständig. Das hier triggert mich ohne Ende. Kann ich nicht, warte mal. Das hier. Ja, so. Jetzt ist es übrigens hier zu. Es triggert es mich nicht mehr. Nee, nee. Wobei es halt echt blöd gerade ist. Außer, ich erweitere das hier mal kurz. Wie blockiert. Was habe ich gerade gemacht? Keine Ahnung, was ich jetzt gemacht habe, aber es ist doof gewesen wahrscheinlich, was ich gemacht habe. Kann ich dich? Ja, ich kann. Yes, I can. Jetzt flimmert das Ganze ein bisschen. Das ist auch blöd. Ja, jetzt sieht es halt nicht mehr ganz so blöd aus, weißt? Jetzt sieht es ein bisschen besser aus. Aber ich muss da, glaube ich, schon noch einen Pfad machen. Und treppen. Dringendst. Warte mal, ich mache das Ganze ein bisschen weniger breit. Achso. Das ist ja schon das Schmalste. So. Du musst halt dann irgendwie schauen, dass ich da einen Weg hoch mache. Ich habe sowas noch nie gemacht, by the way. Die Sache ist, ich meine, so, dass wir schon mal das hier haben. Warte. Nein. Die gehen halt nicht durch. Das ist gerade ein bisschen blöd. Weil wenn ich es so mache, geht es durch. Weil es in der Maschine die ganze Zeit durch ist. Das ist halt... Das ist halt... Ich sehe nichts. Ja, da ist es blockiert. Das ist... Hm, 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 hm. I have a little... But I have a problem. Weißt, ich kann es schon so machen. Lade ich fricky da. Aber das sieht ja... Bescheuert aus. Ich meine, das wäre ja wurscht. Ich baue... Das am Boden wäre ja wurscht. Ich muss halt nur schauen, dass ich eine Treppe baue. Weil sonst können die halt da nicht hochgehen. Das ist ein bisschen blöd. Ich hätte mal auch das Video vielleicht dazu ansehen sollen. Hätte ich. Habe ich aber nicht gemacht. Weil so ist blöd. So gehen die so, äh, hier rauf. Aber dann bleiben sie hier stehen, weil sie nicht weiterkommen. I've been a little bit, äh, hilflos. A little bit. Machen wir das kurz aus. Ich glaube... Na, warte mal, das Problem. Warte mal. Ne, das Problem war nicht. Warte mal, ey, ey, ey. Ich habe gerade eine Idee nochmal. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Mach das nochmal ganz weg hier. So, mal kurz komplett weg. Braue ich gerade nicht. Ah, ist das. Pass auf. Wieso wirst du auf einmal hier? Nein. Ach, ich gebe mir gerade ein bisschen auf die Nerven. Ach so, weil ich das eingestellt habe. Lol. Kann ich dich ein bisschen... Ah, schon viel besser. Ah, ist das. Das ist ein bisschen fuselig. Hey. Oder ich stelle mich halt einfach an wie der erste Mensch. Weißt. Das kann auch sein. Warte. Das muss die Höhe sein. So ungefähr. Ich stelle mich halt echt blöd an gerade. Ich sag's wie es ist. Ich stelle mich blöd an. Es geht mir ein bisschen auf die Nerven. Ich gebe's zu. So bisschen gerade. Also. Was Problem ist... Wenn ich das so mache, dann geht es halt nicht mehr rauf. Dann verbindet der sich nicht mit dem da. Siehst du, dann geht es nur da lang. Ich habe halt gedacht, uhu. Jetzt verbindet er sich. Oder ich lasse es erstmal. Und warte. Ich glaube, ich werde schauen, wie ich das Ganze mache. Ich werde es offscreen verbinden. Weiß mal gar nicht, bis ich auf die Nerven geht. Also. Tierhandel. Me want Wolf. Lol. Warte. Wir sind schon beim Wolf. Sehr schön. Die haben doch bestimmt mehrere. Ja. Da müssen wir halt sehr, sehr oft wechseln. Tierarzt schauen. Ja. Besser geht's gerade einfach nicht. Haben halt ein Wolf da drin. Hier. Hier. Gehege. Ja. Da muss ich jetzt echt an Offscreen nachschauen. Was halt cool ausschaut. Warte. Das hier. Es sieht. So. Folgendes. Ich habe jetzt mal schnell nochmal den Zug startet. und habe jetzt halt gleich die Länge genutzt und den doch ein bisschen anders hingestellt. Ist so fast ein bisschen besser. So. Machen wir jetzt ganz an. Lol. Das ist ja auch noch drin. Mache ich jetzt ganz anders. Wobei. Warte mal. Das könnte ich. Äh. 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 Ich will nicht. Ich will nicht. Äh. Ja. Da können wir halt da ein bisschen Deko noch machen. So. Sieht jetzt schon ein bisschen besser aus. Also alles besser als gedacht. Ne. Das Problem ist. Ich war ja noch im. Gobbenbearbeitungsmodus und habe halt einfach mal das Gebäude da weggemacht. Ich habe da echt Bedenken mittlerweile, dass ich zu viel wegkopiere. Äh. Wegkopiere. Wisch. Das ist jetzt wieder irgendwo in der Landschaft. Ne. So. So. Dann dich. So. Und dich. So. So. Gut. Das passt nämlich. Jetzt holen wir gleich den Wolf. Nein. Nicht dich. Nicht dich. Ja toll. Ja. Jetzt sind alle schlecht. Toll. Ja. So. So. Genau. Was ich eigentlich ursprünglich zeigen wollte bei dem Gehege. Da sieht halt richtig stark aus. Ich brauche mehr Wölfe. Weil das ist jetzt nur ein einziger, den ich habe. Ich meine. Ich werde mir noch ein paar Gehege runterladen. In dem Team Workshop. Und dann erstmal natürlich testen. Stürze spiel ab. Wenn nicht. Dann gut. Vielleicht. Ähm. Wenn ja. Dann. Wäre ich halt. Was? Krankheit ist nur lebensbedrohlich. Kritische Infektion. Wie. Was. Warum. Tierpfleger rufen. MMR Qualität als Mahlzeit irgendwie immer schlecht. Und ich verstehe es nicht. Ich brauche glaube ich mehr Tierpfleger gerade. Das muss ich echt noch auf screen alles noch überarbeiten. Ja. Ich sage das immer gerne und oft. Aber. Ja. Sonst noch okay. Ja. Hungrig. Es ist ja da. Was da. Ich muss vielleicht mehr. Ich habe genug Futterquellen. Tierpfleger wurde angefordert. Ja. Okay. Ich habe halt das meiste gerade im Pausenlust gehabt. Deswegen. Gibt es halt da nicht so einen Fortschritt. Muss man das dazu sagen. So. Da kommt jetzt unser Wolf rein. Krankheit ist die Intektion. Tierarzt gerufen. Gut. Gut. Wäre ich schon noch machen. Also. Weißt schon. Oh. Wie schön. Schaut euch den Wolf an. So ein schönes Tier. Wie qualiert der letzten Mahlzeit. Sollte doch alles passen. Gleich einmal Futter und so. Ja. Ich werde viel mehr Tierpfleger mir herholen. Und Tierärzte. Dann so wegen Quarantäne und alles. Werde ich noch hinmachen. Keine Sorge. Aber jetzt haben wir zumindest einen Wolf. Dann lasse ich es jetzt mal gut sein. Ja. Das war jetzt gerade nicht so eine erfolgreiche Folge. Aber wir haben jetzt das Wolfsgehege. Ich werde dann offscreen noch schauen. Dass dann mit den Tieren noch alles passt. Und. Schauen wir mal. Was für ein Tier beim nächsten Mal reinkommt. Ja. Dann sei mal. Ich hoffe es hat euch gefallen. Und man sieht sich beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020